Die DHV-News vom 25. Juni 2021. Letzte Anhörung. Legalisierung à la FDP. König Laschet und Königin Söder. CDU-Wahlprogramm. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir solidarisieren uns heute hier ein bisschen mit der Regenbogenfahne und gendern ein wenig in der Sendung. Mögen alle Menschen leben, lieben, glauben, konsumieren, was und wie sie wollen, solange sie niemand anderem schaden. Erstmal vorab wieder ein paar kleine Bemerkungen. Unter anderem eine wichtige. Die DHV-News werden in den nächsten drei Wochen nicht erscheinen, weil mal wieder mein Sommerurlaub ansteht. Ist schon wieder soweit. Unglaublich schnell vergehen die Jahre hier im Kanal. Am 23. Juli kommt die nächste Ausgabe. Das heißt nicht, dass hier überhaupt kein Video mehr erscheint. Nämlich nächste Woche geht's los mit unserer Kampagne zur Bundestagswahl. Hashtag BTW21. Und da kommt dann statt den News ein Video, wo wir die Kampagne ganz kurz ein bisschen erklären und euch zum Mitmachen aufrufen. Weil dann seid ihr gefragt. Wenn ich unterwegs bin, dann seid ihr dran mit Legalisieren. Ja, also wir brauchen dann euren krassen Support von allen, die hier zugucken, bitte. Und insbesondere möchten wir, dass ihr eure Wahlkreiskandidaten ansprecht, anschreibt auf die Cannabis-Legalisierung. Da haben wir was vorbereitet für euch. Wird jetzt auch nicht genau verraten. Ja, dafür dann das Video nächste Woche. Auch nochmal ein guter Grund, die Glocke zu aktivieren. Ja, für alle Abonnenten hier und für alle Nicht-Abonnenten. Guter Grund, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Ja, damit ihr auf jeden Fall den Kampagnenstart mitkriegt. Am Ende klappt das nicht mit der Legalisierung nach der Bundestagswahl, bloß wenn ihr die Glocke nicht gedrückt habt. Ja, das wäre natürlich blöd. Und ich freue mich natürlich nach meiner Rückkehr über jede Menge neue Mitglieder, Fördermitglieder beim Handverband. Ein extra Motivationsschub für spannende Zeiten, die da auf uns zukommen. Zum Ende der Ära Merkel und hoffentlich einer neuen Cannabis-Politik, die wir dann durchsetzen müssen. Und es gibt dann bestimmt auch viele interessante Neuigkeiten. Da gibt es ja viele Sachen, die da noch so im Busch sind. Legalisierung in Mexiko vielleicht oder so. Oder auch mal eine Nachricht vom Landgericht in Frankfurt oder hier in Brandenburg, die immer noch auf der Entscheidung rumhocken, ob jetzt der Richter Müller befangen ist oder nicht. Da gab es ja einen Befangenheitsantrag von der Staatsanwaltschaft Frankfurt oder, dass der Müller da nicht über Cannabis-Fälle mehr richten soll, weil er ja eine Meinung zum Thema hat. Ja, das Amtsgericht hat das schon abgelehnt. Aber das Landgericht hat uns schon informiert, dass sie eigentlich Anfang Juni die Entscheidung fällen wollten, dass vorab die Presse informiert werden sollte. Wir sind auch auf der Warteliste. Ja, kommt einfach nichts. Sie machen einfach nichts und hocken da irgendwie auf dieser Entscheidung rum. Das ist komisch. Das stinkt. Da ist irgendwas nicht in Ordnung hinter den Kulissen. Keine Ahnung, wieso die so lange brauchen. Ist ja eigentlich eine relativ simple Angelegenheit. Auch da bin ich gespannt, ob ich da bei der nächsten Ausgabe hier euch was zu erzählen kann. Und wie üblich der Hinweis auf ein Video, ein Zwischendurch-Video hier im Kanal. Diesmal wieder mit mir sozusagen aus der letzten Anhörung im Bundestag. Fragen und Antworten an Georg Wurth, einen Ausschnitt aus der Debatte aus unserem ersten Thema, das jetzt eben auch kommt, nämlich die letzte Anhörung. Das habe ich beim letzten Jahr mal ja schon gedacht, als ich da war, dass die letzte Anhörung ist. Aber dann kam überraschend doch noch eine hinterher über einen Antrag zur Cannabis-Legalisierung der FDP. Und ja, ganz kurz berichtet, ja, es ist gut, dass sie das nochmal gemacht haben. Insbesondere deswegen auch, weil sie dem grünen Cannabis-Kontrollgesetz nicht zugestimmt haben und auch dem Antrag der Linke nicht bei Entkriminalisierung und so, hatten offiziell dann immer irgendwelche Kritik im Detail. Ja, obwohl Grüne und Linke da trotzdem zugestimmt haben jeweils, obwohl sie auch Detailkritik hatten, einfach um zu zeigen, okay, grundsätzlich gehen wir gemeinsam in die gleiche Richtung sozusagen. Wir wollen beide Legalisierungen und so. Auch wenn wir eben diese und jene Kritik im Detail haben. Die FDP hat es anders gemacht. Die hat halt abgelehnt und jetzt eben nochmal ein paar eigene Duftmarken gesetzt. Offensichtlich auch irgendwie in Abgrenzung zum grünen Cannabis-Kontrollgesetz. Was ihnen da nicht gefallen hat. Ja, zum Beispiel wollten sie eine kleinere Menge haben, die man eben dann legal besitzen darf. 15 statt 30 Gramm. Oder sie wollten, dass auch gentechnisch verändertes Cannabis zugelassen werden soll, was die Grünen abgelehnt haben. War der FDP wichtig, das irgendwie zu betonen. Die Steuerhöhe war auch interessant, ja, gerade in der Debatte hier, weil die halt einen extrem hohen Steuersatz gefordert haben mit 10 Euro pro 100 Milligramm THC. Was halt 20 Euro alleine bei einem Gramm starkem Hasch oder Gras nur an Steuer gewesen wäre. Ja, komplett absurd. Da haben sie aber gleich zurückgerudert und sich angehört, was die Experten so gesagt haben und haben sich da offen gezeigt für die Debatte. Und das war auch das Besondere an dieser Anhörung. Ja, da kann man sich zur Abwechslung mal reinziehen, ohne total schlechte Laune zu kriegen, weil der Anteil der Querschüsse da relativ gering war. CDU und AfD haben beide irgendwann gesagt, wir fragen jetzt einfach nicht mehr weiter. Ja, interessiert uns nicht mehr. Wir haben ja nichts mehr zu fragen. Es haben viele quasi als Kapitulation aufgefasst. Ja, aber ich denke, die waren einfach sauer, dass überhaupt nochmal jetzt eine Cannabis-Anhörung stattfand, ja, obwohl die letzte gar nicht so lange her war und deren Experten halt gesagt haben, die sie da geholt haben und gefragt haben, dass Legalisierung doof ist. Ja, für die war die Sache gegessen und die hatten keine Lust, das Ganze nochmal zu machen. Ja, kann man machen, ja, aber kommt halt komisch rüber in der Debatte. Für die Debatte an sich war es aber gut, weil es dadurch endlich mal irgendwie auch ein bisschen mehr in die Tiefe ging, dass wir zum ersten Mal eigentlich grundsätzlich mehr drüber gesprochen haben da in der Anhörung, wie man legalisieren soll, über die ganzen Details aus dem FDP-Antrag und weniger jetzt, ob man legalisieren soll, ja, ob das gut ist oder schlecht, sondern wirklich, wie hoch sollte der Steuersatz sein, ist Gentechnik sinnvoll oder nicht und so Zeug. Also kann man sich angucken und insbesondere deswegen lohnt sich auch diesmal besonders, meine schriftliche Stellungnahme zu lesen. Ich nehme auch an, die der Kollegen habe ich selber jetzt noch nicht zugekommen, aber ich weiß, dass ich in meiner Stellungnahme Punkt für Punkt im Prinzip die Forderungen der FDP abgearbeitet habe und kommentiert habe. Also schöne Nerd-Debatte, da lest mal rein. Ich habe das verlinkt in der Videobeschreibung, meine Stellungnahme. Vielleicht ist sie auch hier oben irgendwo, findet ihr jedenfalls. Ich nenne nur einen Punkt, der nicht zur Sprache kam in der Anhörung selbst, wo keine Frage dazu kam, der aber eigentlich ganz interessant ist. Und zwar synthetisch, ja, kam zweimal vor, irgendwie in zwei verschiedenen Zusammenhängen gleich. Einerseits hat die FDP synthetische Cannabinoide in der Begründung mit angegeben, dass legalisiert werden sollte, weil eben gefährliche Stoffe unterwegs sind. Hat das aber dann irgendwie komisch zusammengewürfelt mit weiteren gefährlichen Inhaltsstoffen, ja, synthetische Cannabinoide und weitere gefährliche Inhaltsstoffe, für die sollen Höchstgrenzen festgelegt werden und die sollen auf der Packung genannt werden, ja, wie viel davon jeweils drin ist. Das ist erstmal ein bisschen merkwürdiger Gedanke, ja, hat aber wahrscheinlich den Hintergrund zum Beispiel bei Pestiziden, wenn man eben ein landwirtschaftliches Produkt hat, ja, Blumenkohl und so und Paprika, da gibt es auch Höchstgrenze für Pestizide. Und beim natürlichen Produkt in der Natur eingebaut, ja, kann man bestimmte Sachen gar nicht auf Null bringen, ja, wie in so einem Bunker da für medizinischen Anbau und mit Reinraum und alle gehen da nur mit Häubchen rein und so, ja, das ist halt unbezahlbar dann von den Anbaubedingungen her und normaler Anbau im Gewächshaus oder so, da hat man halt gewisse Dinge, für die man eben Höchstgrenze braucht, ja. Aber das zusammenzubringen mit synthetischen Cannabinoiden, das ist halt totaler Quatsch, weil die kann man auf Null bringen, die fliegen nicht irgendwie zufällig in der Luft rum und setzen sich so ein bisschen mikrogrammmäßig da an den Pflanzen fest, sondern die muss man einfach verbieten, ja, das stand eben da so nicht drin in dem Antrag, ein bisschen komisch. Ein anderer Punkt, der eigentlich auch neu ist bei der ganzen Geschichte, dass sie unbedingt synthetisches THC mit reguliert haben wollten, ja, da merkt man überall, ja, das grüne Programm, da ist zu öko, ja, da müssen wir mal ein bisschen Wirtschaftsnähe reinbringen oder so und ist ja auch nicht komplett abwegig, weil es gibt ja zum Beispiel synthetisches Vitamin C auf dem Markt, was sich die Leute massenhaft reinziehen, ja. Von daher kann man ja annehmen, dass man das auch irgendwie regeln muss. Und es gibt auch synthetisches THC in der Apotheke für Cannabis als Medizin. Einzelne Produkte, die da zu kaufen sind, sind synthetisch hergestellt. Insofern, ja, vielleicht muss man das regeln, ja, ich weiß es nicht, aber mein Tenor war dann letztendlich erst mal, das hat auf dem Markt für Genussmittel, ja, wie er jetzt existiert, da gar kein Angebot existiert, weiß ich jedenfalls nichts von und auch keine Nachfrage. Ja, da Leute sagen, ich will aber lieber synthetisches THC als richtiges, normales, natürliches eben. Von daher, vielleicht ist das sogar eher schlecht, weil dann das Vertrauen der Verbraucher in diesen legalen Markt geschwächt wird, ja, so wie die insgesamt auch gegenüber Gentechnik ja eher zurückhaltend eingestellt sind, sag ich mal vorsichtig. Aber ja, schon interessante Details, die da irgendwie abgegangen sind. Der Antrag ist übrigens schon abgelehnt worden, ja, wie da zu erwarten war von der großen Koalition, CDU geführt, das war ja der Soundtrack der ganzen Legislaturperiode, der ganzen Merkel-Ära, ja, CDU hat einfach alles platt gemacht durch den Koalitionszwang, ja, selbst eine SPD, die zum Schluss ein bisschen gewollt hätte, durfte nicht durch den Koalitionszwang, CDU hat alles niedergewalzt und eben auch den FDP-Antrag hat sich erledigt. Interessant war noch die Berichterstattung, ja, Bundestag selber macht immer so eine kleine Zusammenfassung von den Anhörungen auf Bundestag.de und da war die Überschrift, Experten sehen Chancen und Risiken bei einer Freigabe von Cannabis. Mich haben sie übrigens da nicht erwähnt, wie viele andere haben sie erwähnt, aber mich nicht zum zweiten Mal jetzt hintereinander, ja, beim letzten Mal haben sie auch nichts davon gesagt, dass der Handverband dabei war. Und dann die Pharmazeutische Zeitung hat über die gleiche Anhörung getitelt, Experten halten Cannabis-Verbot für gescheitert. Also komplett anderer Tenor und war auch nach meinem Eindruck so, ja, das war also ganz überwiegend, haben wieder alle Experten gesagt, der Statusquo ist Quatsch, ja, da müssen wir unbedingt was ändern. Gut, so viel dazu zu der Anhörung, wie gesagt, guckt euch das Video an mit meinen Antworten, guckt euch das ganze Video an, wenn ihr Lust habt, guckt euch die Stellungnahme an, meine, die der anderen Kollegen, ist alles verlinkt, findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt ist mein aufregiger Thema der Woche, ja, ich bin ja glatt aus den Schuhen gekippt. In letzter Zeit ist öfter Thema gewesen, so dieses Ding, wie kommen Wahlprogramme zustande, ja, habe ich ja viel mit zu tun gehabt jetzt, auch wieder in Vorbereitung auf die Wahldealer kommt und so. Ich habe ja auch hier in der Sendung schon ein paar Mal über die Wahlprogramme gesprochen, zum Beispiel SPD und ich bin gefragt worden, was hältst du davon, dass Eigenanbau nicht im grünen Programm drin ist oder was hältst du davon, dass Cannabis nicht im SPD-Programm drin ist? Ich habe immer gesagt, nee, das ist ja nur ein Entwurf, ja, das ist noch nicht verabschiedet, das kann sich alles nur ändern, es gibt Änderungsanträge und so, das kommentiere ich jetzt gar nicht, ja, erstmal abwarten, was da am Ende da steht. Manchmal habe ich mich dann auch geärgert über die Medien, die dann über den Entwurf berichtet haben, als wäre das schon irgendwie jetzt gegessen, ne, und als wäre das jetzt das Wahlprogramm, ne, dabei haben die nur erstmal für die parteiinterne Diskussion, er legt der Vorstand normalerweise eben einen Entwurf vor, der dann halt auseinandergenommen wird, ne, bei den Grünen mit 2000 oder 3000 Änderungsanträgen, ja, da geht es dann richtig ab. Auch wenn am Ende dann natürlich was meistens stehen bleibt, was der Vorstand sagt, aber es kann sich was ändern und die ganze Sache ist am Ende dann natürlich auch voll legitimiert von der ganzen Partei, ja, entweder, ja, eben vom Parteitag. Meistens eben nicht basisdemokratisch, kann nicht jedes Mitglied hin, aber die Kreisverbände schicken Delegierte hin und die können dann vorher im Kreisverband ausdiskutieren, wenn sie wollen, zu bestimmten Themen, wie der Delegierte abstimmen soll. Naja, also insofern demokratischer Prozess. Das habe ich für euch mal nachvollzogen, ja, nachdem ich mich diese Woche total gewundert habe, ähm, habe ich nochmal geguckt. FDP, da steht im PDF des Programms drin, Beschluss des 72. ordentlichen Bundesparteitags der Freien Demokraten vom 14. bis 16. Mai 2021, vorbehaltlich der Überprüfung des Wortprotokolls. Also die müssen da gucken, was ist da jetzt genau an Änderungsanträgen gelaufen, welche Sätze müssen wir nochmal ändern und so. Grüne. Das Wahlprogramm wurde auf dem digitalen Parteitag vom 11. bis 13. Juni 2021 von den grünen Delegierten diskutiert und beschlossen. Hier findest du den vorläufigen Programmtext zum Download. Die finale Fassung findest du hier ab 9. Juli. Also auch da, die ganzen Änderungsanträge einarbeiten und so, da hat es richtig Arbeit, das dauert ein bisschen, die wollen da keine Fehler machen und so, da ist nicht dafür Zeit. Linke. Die zweite Tagung des siebten Parteitags, der Wahlprogramm Parteitag hat das Wahlprogramm nach zweitägigen Beratungen am 20. Juni 2021 beschlossen. Es wird nach der Einarbeitung aller beschlossenen Änderungsanträge durch die Antragskommission in den nächsten Tagen an dieser Stelle veröffentlicht werden. Die SPD hat es nicht gleich ins Programm selbst reingeschrieben, aber in der Pressemitteilung. Die SPD hat am Sonntag ihren ersten digitalen Bundesparteitag aus dem Citycube in Berlin abgehalten. Blablabla. In den rund vierstündigen Beratungen beschloss die SPD ihr Zukunftsprogramm für die anstehende Bundestagswahl am 26. September mit 99,39% Zustimmung. Okay. AfD im Programm PDF beschlossen auf dem zwölften Bundesparteitag der AfD in Dresden 10. bis 11. April 2021. CDU hat ja in der ganzen Zeit noch gar kein Programm gehabt. Ja, da dachte man, machen die überhaupt noch eins? Ja, oder was ist da los bei denen? Alle anderen haben monatelang da irgendwie zwischen Entwurf und Beschluss da rumdiskutiert und so. Ja, CDU mal gucken. Ja, und dann kam auf einmal dieses Programm, auf einmal geht durch die Medien. Ja, also CDU, also nicht CDU, sondern Laschet und Söder stellen das jetzt mal vor, das Programm. Ja, also genau wie vorher bei den anderen auch. Ich dachte, ja, Medien haben schon wieder nichts dazu geschrieben. Das ist erst der Entwurf, muss erst verabschiedet werden. Ich habe da rumgesucht in den Nachrichten, habe mich geärgert, wieso schreiben die nicht, dass da noch verabschiedet werden muss. Und tatsächlich, das muss nicht mehr verabschiedet werden. Das ist fertig, ja. Vom ersten Tag an, wo die das veröffentlichen, also wir, König Laschet und Königin Söder, wir bestimmen das Parteiprogramm. Hoho, hoho, so. Fertig. Ja, gut ist. Also man muss dann schon dazu sagen, einen Tag vorher hat dann doch, haben die Präsidien von CDU und CSU abstimmen dürfen darüber nochmal. Ja, also einen Tag vorher ist nicht bekannt geworden, der Entwurf vorher. Das heißt, der ist nicht breit kursiert. Das haben nicht viele Leute gesehen vorher. Wahrscheinlich haben die das gar nicht gelesen mehr. Haben da morgens auf den Tisch gekriegt, da die ganzen Haufen Papier irgendwie. Haben da irgendwie, haben da abgestimmt und das war dann. Also auf jeden Fall kein Parteitag oder so. Unglaublich. Deutschlandfunk zum Beispiel. Die Präsidien von CDU und CSU hatten das gemeinsame Wahlprogramm gestern auf einer Klausurtagung beschlossen. Ja, und Präsidium, das ist halt so ein erweiterter Vorstand. Sind ein paar Leute, die das vorher gesehen haben. Und entsprechend hat dann Doro Bär, zum Beispiel Doro T. Bär, Abgeordnete, getwittert, so auf ein Bildchen da mit vier Kolleginnen, wo auch Daniela Ludwig dabei war. Super Wahlprogramm verabschiedet, tolle Kolleginnen wiedergesehen, Stimmung hervorragend, läuft bei uns. Ja, super. Und Ludwig hat das geteilt. Ja, unsere Bundesdrogenbeauftragte sagen, nichts hinzuzufügen. Guter Plan, Wahlprogramm. Fertig. Toll. Unglaublich. Ja, ich habe mich total aufgeregt. Ja, was ist denn das für eine Partei? Easy Wahlprogramm, nichts mit 3000 Änderungsanträgen und nervige Basis und so. Programm. Interessiert keinen, nicht so wichtig. Wir haben den Laschet. Personenwahlkampf. Ja, wir gewinnen mit dem Laschet. Das reicht. Regierungsprogramm, haben sie das noch genannt. Ja, nicht Wahlprogramm. Denken die Leute gleich, ja, die sind ja eh Regierung. Ja, der gewinnt sowieso. Kann nichts schief gehen. Unglaublich. Und was dann dabei rauskommt, ja, wenn König Laschet und Königin Söder mal eben so ein Programm schreiben, ist dann im Thema Drogenpolitik Folgendes. Eine Legalisierung illegaler Drogen lehnen wir ab. Zu groß sind die gesundheitlichen Folgen für den Einzelnen und die Auswirkungen auf Familie, Umfeld und Gesellschaft. Wer legalisiert, der stellt gerade nicht Gesundheits- und Jugendschutz in den Mittelpunkt der Drogenpolitik, entzieht sich seiner Verantwortung und lässt Betroffene sowie ihre Angehörigen mit den Problemen allein. Das ist nicht unser Weg. Was wir brauchen, sind Aufklärung sowie frühe und massentauglichere Sanktionen, die der Tat auf dem Fuß folgen und unmittelbar zur Wahrnehmung von Beratungs- und Papierangeboten veranlassen. Also da werden die Leute mit den Drogenproblemen nicht alleine gelassen. Sie werden begleitet mit massentauglichen Sanktionen. Ja, also Wattenfilm. Und bei den legalen Suchtmitteln schreiben sie dann noch, dass sie da auf verantwortungsvollen Umgang setzen. Krasser Laden da. Naja, alle anderen. Basisdemokratisch, Parteitag, CDU. Queen and King. Ja, so läuft das. Hier ist eine gute Nachricht hinterher, ja, zum Abregen, zum Entspannen. USA, wobei ein bisschen Angst hatte ich vor der Meldung ja doch auch schon seit Jahren, dass dieser US-Bundesstaat Cannabis legalisiert. Connecticut. Na, was ist das jetzt wieder für ein Name auf Englisch? Ja, cool. Aber man lasst das ganze komplizierte Zeug, glaube ich, weg. Connecticut. Die haben jedenfalls Cannabis legalisiert. Der Governor, Regierungschef von Connecticut hat das vom Parlament verabschiedete Gesetz zur Legalisierung von Cannabis unterschrieben diese Woche. Damit ist die Sache da auch gebond. Und die legalisierte Weltbevölkerung ist damit um 3,6 Millionen Einwohner von Connecticut auf 181,5 Millionen Menschen gewachsen, die in Gebieten leben, wo Cannabis komplett legal ist, der Markt reguliert ist, wo Fachgeschäfte für Erwachsene eingeführt werden. Und neben den Fachgeschäften auch in Connecticut ist der Eigenanbau legal, beziehungsweise wird noch, dauert noch ein bisschen, bis zu drei blühende Pflanzen. Beim Besitz haben sie sich auf 1,5 Unzen geeinigt, die man mit sich rumtragen darf, also ungefähr 45 Gramm so etwa. Zu Hause darf man 5 Unzen besitzen, natürlich ein bisschen mehr, wenn man anbauen darf und so. 5 Unzen sind ungefähr 140 Gramm. Mögen manche noch sagen, ja, ist eigentlich was wenig, ja, mit meinen drei blühenden Pflanzen kann ich viel mehr ernten. Ich brauche auch mehr, weil ich irgendwie tierischer Quarzer bin. Aber trotzdem kann man schon mal mit arbeiten, ja, kann man schon mal was mit anfangen. Jedenfalls, wenn man die kleinen, kleinen Diskussionen hier in Deutschland eben sieht, ist das schon mal ganz solide. Und bisherige entsprechende Verurteilungen in Connecticut werden automatisch aus den Akten gelöscht. Ja, und da gab es diese Woche noch den UN-Drogenbericht. Ich habe viel zu tun gehabt, ja, von wegen Kampagnenvorbereitung und so. Ich bin jetzt urlaubsreif und so. Lest das selber, ja, ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Ich fasse nur kurz zusammen, was der Spiegel so schreibt. In der Corona-Pandemie war der Bedarf nach Cannabis größer, der Bedarf nach Partydrogen war kleiner. Es gibt viel Kokain in Europa. Nichts, was man nicht schon mal gehört hätte irgendwie, nachdem ja gerade erst der europäische Drogenbericht vorgestellt wurde. Jetzt eben weltweit ungefähr der gleiche Film. Naja, wer das genauer wissen will, wie gesagt, findet ihr die Links in der Videobeschreibung. Und wenn ihr doch in dem ganzen Ding was Spannendes findet, ja, schreibt das in die Kommentare. Ich bin dann mal weg nach den Terminen. Da haben wir noch ein paar Ortsgruppentermine oder relativ viele. Ich gehe weiter nach vorne sozusagen im Vorgriff als sonst, weil ich ja hier eine Weile nicht auftauche, um dann die späteren Termine zu erzählen. Haben wir Hamburg, Ortsgruppe, 29. Juni, Oldenburg, 4. Juli, Heidelberg, 5. Juli, Ortsgruppe Bielefeld, auch 5. Juli, Sonntag, 11. Juli trifft sich die Ortsgruppe in Oldenburg, Dienstag, 13. Juli in Braunschweig. Dann haben wir noch einen Infostand in Mannheim am Samstag, den 17. Juli. Und das war's. Die ganze Kabal-Abonnier-Glocken-Abo-Geschichte. Liken, ja, haben wir alles schon erzählt am Anfang. Das mache ich jetzt kurz. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen Gruß am Abend. Bis zum nächsten Mal.